Das ist mein Vorgeschmack auf die eigentliche Katastrophe. Ja, sieht ganz so aus. Hast du irgendwas angekommen? Mhm. Das ist meine Geschichte. Ich hab Freunde da unten und Kontakte kann mich verständigen. Ich bin da näher dran als jeder andere. Du bist zu nah dran. Ich bin Selma. Ja klar, Selma. Nein, Abschied von deinem Studienkollegen. Oh Gott. Nein, nein, und du bist... Selma. Genau. So besoffen bist du mir im Falle nicht vorgekommen. Das heisst, ähm... Komm bitte, sag mir, dass das nicht wahr ist. Du händ... Wir händ... Ich mein... Das wär... Genau. Das wär's. Ein Blackout, den dir niemand abkauft. Sei denn, du siehst den dümmsten und hirntotsten Arsch, auf der Welt je rumgelaufen ist. Als obender. Bis zum nächsten Mal.